Guten Morgen, ich grüße Sie. Hoffentlich sind Sie nicht eingefroren. Hinter uns liegt die kälteste Nacht dieses Winters und wir haben heute am Mittwoch im Norden vor allem den kältesten Tag des Winters vor uns mit kräftigem Wind, der für Schneefegen und Schneeverwegungen sorgt. Zunächst aber mal der Blick auf die Temperaturen, das sind die Höchstwerte und wir sehen im Norden minus 6 bis minus 8 Grad, auch im Südosten nicht viel wärmer, nur hier am Oberrhein, da wird es langsam milder, milder heißt aber Höchstwerte so von minus 1 Grad, vielleicht hier und da mal 0 Grad, aber vielmehr wird es nicht werden. Tja und wenn dann der Wind dazu kommt, dann fühlt sich das Ganze deutlich kälter an. Man spricht davon Windschill, haben Sie vielleicht schon in den letzten Tagen häufiger mal gehört. Das sind so die Temperaturen, die wir in einigen Regionen bekommen, minus 5 bis minus 10 Grad und wenn dann da der Wind dazu kommt, dann fühlt sich das gleich mal wie minus 20 Grad an, die 30 Kilometer pro Stunde, die werden wir in einigen Regionen kriegen. Und noch deutlich windiger ist es an den Küsten und da rutscht man dann auch recht schnell mal in die Richtung minus 20 oder knapp darunter. Vor allem bei Böen und die sind recht kräftig an der Ostsee und an der Nordsee. Wir sehen das hier, wir sind dann im Bereich von 70, 80 Kilometer pro Stunde, aber auch sonst ist der Wind sehr, sehr kalt und sehr ruppig. Hier dann nochmal die gefühlten Temperaturen für alle Regionen, also an die minus 20 Grad gefühlt an der Ostsee, aber selbst am Oberrhein noch gefühlt minus 6 Grad, da ist es die wärmste Ecke. Die Sonne scheint dazu wieder in einigen Regionen, anfangs ist es im Osten und Südosten etwas drüber durch hochnebelartige Bewölkung. Es gibt weiterhin die Schneeschauer an Nord- und Ostsee, auch am Nachmittag. Später zieht es hier von Südwesten etwas zu und da kann es dann in der Nacht zum Donnerstag hier und da sogar mal eine Schneeflocke geben. Naja, und es bleibt weiterhin sehr, sehr kalt, vor allem in der Osthälfte. Es ist und bleibt eisig.